Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Aufgabe mitgebracht, bei der wir die Terme so weit wie möglich zusammenfassen sollen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir hier verschiedene Brüche, die addiert und auch subtrahiert werden können oder sollen. Und das können wir nur machen, wenn die ganzen Nenner identisch sind. Wenn wir uns die Nenner aber mal anschauen, dann fällt auf, dass hier so ein n drin steckt, 2 hoch n. Hier ist 2 hoch 3, okay, aber das n taucht hier nochmal auf und auch an der Stelle. Deswegen würde ich sagen, wir teilen das mal ein bisschen auf, schnappen uns diesen Bruch hier raus, weil in dem ist gar kein n drin. Also den können wir einfach aufschreiben als 6 durch und 2 hoch 3 können wir berechnen. Das ist ja 2 mal 2 mal 2, das ist einfach nur 8. Und dann haben wir uns um diesen Bruch hier schon mal gekümmert. Den mache ich jetzt hier einfach mal weg, dass es ein bisschen deutlicher wird, dass die drei anderen jetzt noch fehlen. Die können wir nur zusammenrechnen, wenn die Nenner übereinstimmen und das ist jetzt mal unsere Aufgabe, dass wir das hinbekommen. Deswegen schreiben wir mal den Bruch hier mit einem großen Bruchstrich, weil wir den Nenner wahrscheinlich anpassen müssen. Dann kommt der zweite Bruch hinten dran und hier den, den wir abziehen, dann als letztes. Wie sieht es jetzt aus mit den verschiedenen Nennern? Welchen können wir als Hauptnenner benutzen? Wir haben hier ja verschiedene Zweierpotenzen. Also die Basis ist immer eine 2, das heißt unser Hauptnenner wird auch sowas wie 2 hoch irgendwas sein. Die Frage ist nur, hoch was nehmen wir denn? Wir haben hier hoch N zur Auswahl oder hoch N minus 3 oder hoch N plus 1. Wir nehmen den größten Exponenten, denn dann können wir die anderen alle dementsprechend hoch rechnen. Der größte Exponent ist das N plus 1, weil zu dem N wird ja was dazugerechnet. Hier wird nämlich vom N was abgezogen. Das ist dann definitiv kleiner und hier passiert ja gar nichts mit dem N. Das bleibt einfach, also N plus 1 ist der größte Exponent, den wir haben und deswegen nehmen wir 2 hoch N plus 1 dann auch als Hauptnenner. Und den letzten Bruch müssen wir dementsprechend gar nicht anpassen, der kann einfach so bleiben. Aber die anderen Brüche müssen wir erweitern. Also ich schreibe den mal ganz kurz dahin, so wie er momentan ist. Aber wir müssen gucken, womit muss multipliziert werden im Nenner und dementsprechend auch im Zähler. Damit wir von 2 hoch N auf 2 hoch N plus 1 kommen können. Womit muss hier multipliziert werden, damit es klappt? Es gibt ja ein Potenzgesetz, das sagt, wenn man so eine Summe im Exponenten hat, dann kann man aus dieser Potenz zwei einzelne Potenzen machen, die miteinander multipliziert werden. Die Basis bleibt, also die 2 übernehmen wir und als Exponent kommt die Zahl dann hin, die man hier dazugerechnet hat, also in unserem Fall die 1. Also wenn wir 2 hoch N multiplizieren mit 2 oder 2 hoch 1, dann landen wir genau da, wo wir hinwollen. Und das machen wir jetzt hier an der Stelle. Wir multiplizieren 2 hoch N einfach mit 2 oder 2 hoch 1, je nachdem, wie ihr es aufschreiben möchtet. Und dasselbe müssen wir dann aber auch im Zähler machen, da wir den Bruch ja einfach nur erweitern und nicht abändern wollen. Und damit haben wir den Nenner aber dementsprechend angepasst, dass wir hier jetzt 2 hoch N plus 1 stehen haben, was wir ja haben wollten. Und dasselbe müssen wir jetzt mit dem Bruch hier machen, da schreibe ich auch erstmal alles so ab, wie es da steht. Und die Frage ist jetzt, womit muss hier jetzt multipliziert werden, damit ich von 2 hoch N minus 3 auf 2 hoch N plus 1 komme. Wie sieht es aus? Die Basis bleibt, das haben wir jetzt schon mal gesehen, da kommt eine 2 hin, aber im Exponenten. Wie komme ich von N minus 3 auf N plus 1? Das N, okay, das passt, aber minus 3 und plus 1, was muss ich hier dazu addieren, damit ich bei plus 1 rauskomme? Naja, eine 4, weil minus 3 plus 4 ergibt ja dann die gewünschte 1. Also muss ich multiplizieren mit 2 hoch 4 im Nenner und auch im Zähler. Und dann haben wir soweit alles angepasst. 6 Achtel kann man übrigens noch kürzen mit 2. Das sind 3 und 8 durch 2 sind 4, also 3 Viertel haben wir hier vorne eigentlich nur stehen. Dann haben wir hier 1 mal 2 im Zähler, also 2. Und im Nenner, das wissen wir jetzt, das haben wir extra so angepasst, dass das 2 hoch N plus 1 ist. Im nächsten Bruch, der Nenner ist natürlich dementsprechend schon angepasst, aber im Zähler 5 mal 2 hoch 4. 2 hoch 4 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2, das sind 16. Also hier stehen eigentlich 5 mal 16. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf 80. Und dann ziehen wir da hinten unseren Bruch, den wir ja gar nicht abgeändert haben, dann noch ab. Jetzt sind nämlich alle Nenner identisch. Das heißt, wir dürfen die Brüche zusammenrechnen. Also wir haben hier vorne die 3 Viertel, okay, die nehmen wir mal gesondert. Aber ansonsten haben wir dann 2 plus 80 minus 82. 2 plus 80 sind 82, minus 82 sind 0. Und der Nenner wird ja übernommen. Das heißt, 0 durch irgendwas ist immer noch 0. Dieser ganze Teil fällt hier hinten weg. Unsere ganzen Berechnungen haben sich schön aufgelöst. Und letztendlich bleiben nur die 3 Viertel von hier vorne stehen. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Dann hoffe ich, dass ihr einiges dazu gelernt habt. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!